Aber du hast doch schon geworfen. Ich bin verletzt, wie soll ich denn werfen? Ja, da können wir uns auch jemand zweimal werfen. Ich bin auch verletzt am Zeh. Oh mein Gott, heul doch leise, heul leise. Krass, krass. Dein Zeh tut weh, ich brauch ein Pflaster. Ja, sorry, dein Zeh tut weh. Das ist ja mal ganz eine schlimme Verletzung, du Arme.